22. März 2005, Erzengel Michael Ihr seid in der Nachfolge Christi. Eure Aufgabe ist es, eurem göttlichen Meister, so gut ihr könnt, in Worten und Werken, in eurer ganzen Lebensweise nachzufolgen. 23. Darum müsst ihr Tag für Tag kämpfen und Opfer bringen. 24. Ihr müsst gegebenenfalls sogar täglich mehrmals neu anfangen. 25. Schreitet jedoch in Treue und Liebe auf dem schmalen und steilen Pfad der Christusnachfolge voran. 25. Betet, meditiert und nehmt euch jeweils eine konkrete gute Tat vor, eine Tat der leiblichen oder geistigen Barmherzigkeit. 26. Geht so weiter voran und auf euren göttlichen Meister zu. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. 27.亨格yer 28. Dreives 29. Je und bleibe 29. Ja 1, 4, 5, 7, 3, 7, 0. ?」 29. Je wird 31.